Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Mathematik befinden wir uns nun bei der sechsten Vorlesung mit dem Thema Potenzieren und Radizieren. Okay, worum geht's? Erst einmal werde ich euch die grundlegenden Sachen zu den Potenzen erklären und dann werde ich mich den Wurzeln widmen. Bei diesen werde ich explizit auf das Lösen von Wurzeln eingeben. Erst einmal mit drei Nährungsvarianten. Das erste ist die B-Sektion, das zweite das Newton-Verfahren und das dritte das Serum-Verfahren. Ehe ich zum vierten Unterpunkt komme, was die schriftliche Berechnung der Wurzel angeht, mit der man ein genaues Ergebnis herausfinden kann. Und, da das für die Wurzel natürlich auch sehr wichtig ist, die Wurzelgesetze und wie diese angewendet werden. Okay, legen wir los, und zwar mit den Potenzen. Was ist erstmal eine Potenz? Naja, im Prinzip ist das einfach die mehrfache Multiplikation einer Zahl mit sich selbst. Muss natürlich keine Zahl sein, es kann auch eine Konstante oder Variable sein. Eine Potenz folgt der Formel a hoch n ist a1 mal a2 mal a3 und so weiter bis mal a n. Naja, was heißt das jetzt im Prinzip? Machen wir das mal an einem Beispiel fest. 2 hoch 5, n ist 5. Das heißt, wir haben 5 mal die 2 mit sich selbst multipliziert, also 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Rechnen wir das aus, kommt man auf 32. Kommen wir zu ein paar Begrifflichkeiten. Und zwar, die Zahl, welche potenziert wird, nennt sich Basis. Die hochgestellte Zahl hingegen ist der Exponent. Beides zusammen bildet dann die Potenz. Und damit sind wir auch schon bei den Potenzgesetzen. Erstens, Potenzen mit gleicher Barthes werden multipliziert, indem man ihre Exponenten addiert. Es gilt folglich a hoch m mal a hoch m ist a hoch, in Klammern theoretisch kann man aber meistens auch weglassen, m plus m. Okay, wie sieht das mit Zahlen aus, damit das auch ein bisschen deutlicher wird? Nehmen wir mal 2 mal 2 hoch 3 plus 3 Quadrat mal 3 hoch 4. Das wäre dann dasselbe wie 2 hoch 1 plus 3, denn wir haben ja oben stehen 2 mal 2. Bei der ersten 2 steht hoch 1, auch wenn man die nicht sieht, die schreibt man einfach nicht mit. Und bei der zweiten steht hoch 3. Wir können diese beiden zusammenfassen nach der links abgebildenen Rechenregel, indem wir die beiden Potenzen 1 und 3 addieren zu einer neuen Potenz. Dasselbe können wir mit 3 Quadrat mal 3 hoch 4 machen, was dann 3 hoch 2 plus 4 entspricht. Allerdings können wir das nicht weiter zusammenfassen, weil dieses Gesetz gilt natürlich nur, wie es da steht, wenn man eine gleiche Basis hat. Sprich, die 2er können wir zusammenfassen und die 3er, aber alles andere nicht, weil 2 und 3 halt nicht dieselbe Basis ist. Okay, fassen wir das weiter zusammen, kommen wir auf 2 hoch 4 plus 3 hoch 6. Rechnen wir das aus, landen wir bei 16 plus 729 und das ist dann 745, nur der Vollständigkeit halber. Okay, zweitens. Exponenten, die selbst ein Exponenten haben, werden miteinander multipliziert. Das heißt, a hoch n hoch m ist dasselbe wie a hoch n mal m. Wie sieht das dann aus an einem Beispiel? Nehmen wir hier in dem Fall mal 2 hoch 2 hoch 3 hoch 2. Ja, wie wir gerade sehen, alles was die hoch der Potenz ist, kann man im Prinzip als Produkt schreiben. Das wäre jetzt dasselbe, als würden wir schreiben 2 hoch 2 mal 3 mal 2. Das wäre dann 2 hoch 12 und wenn man das ausrechnet, landet man dann bei 4096. Drittens. Potenzen mit gleicher Basis werden dividiert, indem man ihre Exponenten subtrahiert. Also a hoch n durch a hoch m ist dasselbe wie a hoch n minus m. Das ist ähnlich mit dem ersten Gesetz. Im Prinzip einfach nur, das mal, wo er da jetzt ein Plus geworden und das Keteil durch wird hier zu einem Minus. Deswegen nehmen wir mal das Beispiel 2 hoch 3 durch 2, im Prinzip hoch 1, plus 3 hoch 3 durch 3 hoch 2. Das können wir umschreiben mit allem, was dieselbe Basis hat, indem man dort vom ersten jeweils immer alle anderen Potenzen, äh, Exponenten subtrahiert. Also 2 hoch 3 minus 1 plus 3 hoch 3 minus 2 ergibt 2 Quadrat plus 3. Das ist dasselbe wie 4 plus 3 und das ist bekannterweise 7. Ihr seht, wenn man die Ursprungsaufgabe nimmt, 2 hoch 3 durch 2 plus 3 hoch 3 geteilt durch 3 Quadrat, dann ist das eine deutliche Vereinfachung zu sagen, das ist gleich 7. 4. Exponenten, die einen Bruch darstellen, können dividiert werden. Also a hoch n geteilt durch m ist dasselbe wie a hoch n geteilt durch m. Nehmen wir ein Beispiel 4, äh, 2 hoch 4 halbe ist dasselbe wie 2 hoch 4 geteilt durch 2. Das ist dasselbe wie 2 zum Quadrat, das entspricht 4. Okay, ich habe jetzt das erklärt und richtig merken kann man sich sowas eigentlich nur, wenn man das übt. Darum läutet die Aufgabe an euch wieder einmal. Darum löst folgende Aufgaben mittels der Potenzgesetze. Fast zunächst, soweit zusammen wie möglich, beachtet dabei, dass jede Zahl ohne Exponent den Exponenten gleich 1 trägt und dass jede Zahl mit Exponent 0 gleich 1 ist. Also 74.182.423.112,4789321 hoch 0 ist dasselbe wie 1. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, ihr kennt das ja am besten, ihr pausiert das Video, löst die Aufgaben, ich bringe es zur Lösung und dann vergleichen wir und schauen mal, ob es da irgendwo Probleme gab. Okay, kommen wir zum ersten Teil der Lösung. A war ja die Aufgabe minus 2 hoch 3 mal minus 2 hoch 3. Okay, wie sieht das aus? Wir hatten ja das Gesetz gehabt, mit selber Basis können, werden die Sachen, wenn sie multipliziert werden, kann man stattdessen die Exponenten addieren. Das ist alles dasselbe wie minus 2 hoch 3 plus 3. Das ergibt dann minus 2 hoch 6. Lösen wir das auf, kommen wir auf 64. b. 4 hoch 4 durch 4 hoch 3. Das ist fast dasselbe, nur dass das Geteil durch hier dann ein Minus darstellt. Wir landen dann also bei gleich 4 hoch 4 minus 3. Das ist 4 hoch 1 und das ist dann halt 4. c. 5 hoch 2 hoch 1 halb hoch 2. Hier gilt die Sache, dass eine mehrfache Potenz im Prinzip ein Produkt als Produkt geschrieben werden kann, indem man die einzelnen Potenzen multipliziert. Wir haben dann also 5 hoch 2 mal 1 halb mal 2. Rechnen wir das aus, landen wir bei 5 hoch 2 oder 5 Quadrat, das ist üblicher. Und das wäre dann 25. d. Das war 7 hoch minus 1 Viertel mal 7 hoch 2,25 mal 5 hoch 3 hoch 1 Drittel. Ja, wie ihr das von meinen Aufgaben kennt, werden sie, sag ich mal, mit fortlaufenden Buchstaben, b.h. Nummern, immer schwerer. Ihr merkt auch, dass das hier der Fall ist. Hier müssen wir mehrere Gesetze anwenden. Fangen wir am besten damit an. Das, was dieselbe Basis hat, fassen wir zusammen. Da steht einmal, d.h. die Exponenten von der Basis 7 können wir miteinander addieren. Es kommt dabei raus, 7 hoch minus 1 Viertel plus 2,25. Und bei den 5 hoch 3 hoch 1 Drittel können wir diese Produktvariante der Exponenten anwenden und können diese schreiben als 5 hoch 3 mal 1 Drittel. Und das Malzeichen zwischen diesen beiden Sachen bleibt natürlich bestehen. Lösen wir das erstmal auf bei 7. Das heißt, minus 1 Viertel plus 2,25 wäre dasselbe wie 2,25 minus 0,25. landen wir bei 2, das ist also aufgelöst 7 hoch 2. Bei 5 hoch 3 mal 1 Drittel, rechnen wir es aus, haben wir 5 hoch 3 Drittel, das ist dasselbe wie 5 hoch 1. Und es bleibt stehen, 7 Quadrat mal 5 hoch 1. Das ist dasselbe wie 49 mal 5 und das ergibt 245. e. e. e war 2 hoch 2 hoch 2 hoch 1 Viertel mal 9 hoch 5 halbe geteilt durch 9 hoch 1,25 hoch 2. Hier für die Basis 2 nehmen wir wieder die Produktregel der Exponenten. Wir schreiben sie als 2 hoch 2 mal 2 mal 1 Viertel mal, da können wir erstmal nichts verkürzen, 9 hoch 5 halbe. Aber hier bei der zweiten 9 können wir etwas kürzen, und zwar wieder mit dieser Exponentenproduktregel. geteilt durch 9 hoch 1,25 mal 2. Rechnen wir zusammen. Bei 2 hoch 2 mal 2 mal 1 Viertel, das ergibt 2 und 2 ist 4, mal 1 Viertel, das sind 4 Viertel. Das heißt, wir haben dann 2 hoch 1 stehen. Die 9 hoch 5 halbe tun wir wieder mal rechnen. Und wir haben geteilt durch 9 hoch 2,5 dann stehen. Ja, das heißt jetzt 9 hoch 5 halbe und durch 9,25, das ist auch dieselbe Basis, geteilt durch. Das heißt, die Exponenten können wir als Minus schreiben. Das heißt, es bleibt stehen, 2 mal 9 hoch 2,5 minus 2,5. Das ergibt dann 2 mal 9 hoch 0, wie ich bei der Übung schon gesagt habe. Hoch 0 entspricht immer 1. Das heißt, wir können einfach schreiben 2 mal 1 und das ist 2. Okay, kommen wir zu f. Die war etwas tricky, wer die nicht geschafft hat, kein Problem. Ich denke mal, dass selbst einige Mathematikstudenten daran zweifeln könnten. Okay, was haben wir hier? Wir hatten 2 hoch in Klammern, 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel, Klammer zu. Diese ganze Klammer dann nochmal hoch. 2 hoch 11 geteilt durch 2 hoch in Klammern. 2 hoch 8 durch 2 hoch 3. Ja. Absolut realistische Aufgabe. Wir begegnen mir jeden Tag sowas. Okay, lösen wir das mal trotzdem auf. Immerhin, das ist ja in Übung. Wie ihr seht, den ersten kompletten Teil habe ich erstmal übernommen. Ich bin jetzt bei der zweiten Klammerpotenz. Da habe ich die 2 hoch 8 durch 2 hoch 3. Das, was dort in dieser allerletzten Klammer steht, ist ja dieselbe Basis und zwar 2. Da ist ein geteilt durch. Das heißt, dort kann ich die Exponenten miteinander subtrahieren. Deswegen kann ich da schreiben 2 hoch 8 minus 3. Löse ich das auf, bleibt natürlich der ganze Vorderest stehen, der da war, 2 hoch in Klammern, 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel, Klammer zu, das komplette hoch, 2 hoch 11. Und jetzt die Änderung durch 2 hoch 2 hoch 5. Wieder in der letzten Klammer sehen wir, wir haben hier im Prinzip 2 hoch 2 hoch 5 stehen. Das heißt, wir können die Potenzproduktregel hier anwenden und es bleibt stehen da hinten 2 hoch 2 mal 5. Ja, lösen wir das wieder auf, kommen wir auf 2 hoch 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel. Das alles in Klammern, hoch, in Klammern, 2 hoch 11 durch, jetzt hatte ich gerechnet 2 mal 5, da bleibt übrig durch, 2 hoch 10, Klammer zu. Oh, wenn wir jetzt schauen in der letzten Klammer, da haben wir wieder dieselbe Basis und zwar 2 in geteilt durch. Das heißt, wir können die Exponenten miteinander subtrahieren. Es kommt also 2 hoch 11 durch 2 hoch 10, wird dann zu 2 hoch 11 minus 10. Und lösen wir es auf, bleibt bestehen, 2 hoch in Klammern, 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel und das Komplette dann nochmal hoch 2 hoch 1. Theoretisch kann man diesen Zwischenschritt überspringen, 2 hoch 1 ist 2, das ist, denke ich, mittlerweile bekannt. Kommen wir deswegen zum nächsten Schritt. Wir haben jetzt hier ja in der ganzen Klammer stehen, im Prinzip eine Potenz hoch 2. Das heißt, bei der Regel a hoch n hoch m zu schreiben als a hoch n mal m entspricht unsere 2 hier, die wir hatten, dem a. Die ganze Klammer ist n und das hoch 2 am Ende ist m. Demnach können wir schreiben, 2 hoch 2 mal 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel. Theoretisch steht die 2 vor der Klammer, praktisch ist es aber nicht wichtig, weil wir haben hier nur Punktrechnungen und damit kann ich die Klammer zwar theoretisch gesehen weglassen, aber der Überschaulichkeit halber habe ich sie hingeschrieben und die 2 kann ich direkt reinziehen, das spielt keine Rolle, macht die Sache einfacher und kürzer, ist aber nicht falsch, wenn man es nicht tut. Okay, vereinfacht haben wir dann 2 hoch 2 mal 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel. Ja, diese 2 hoch minus 9 hoch 1 Drittel, das ist ja wieder mehrfache Exponenten, sprich ich kann das Produkt bilden. Das wird dann 2 hoch minus 9 mal 1 Drittel. Löse ich das auf, verbleibt 2 hoch 2 mal 2 hoch 4 mal 2 hoch minus 3. Oh, und das ist doch ganz praktisch, jetzt haben wir ja hier in der Potenz überall dieselbe Basis. Das heißt, wir können das ganz einfach zusammenfassen und zwar mit 2 mal 2 hoch 4 minus 3 erst einmal. Da verbleibt dann stehen 2 hoch 2 mal 2 hoch 1, also anders ausdrückt 2 hoch 2 mal 2. Das ist dasselbe wie 2 hoch 4 und wenn wir das auflösen, kommen wir auf 16. Ja, mehr an Hexenkunst war das jetzt eigentlich nicht. Allerdings war es halt sehr aufwendig und sehr verwirrend, weil wir jetzt die verschiedenen Regeln miteinander mischen und musste und schauen musste, wo fängt man am besten an. Aber ich denke, die Klammern waren dann ein guter Hinweis. Okay, mit dem Teil Potenzien sind wir durch. Theoretisch war das die halbe Miete, praktisch stimmt das nicht, zwar vielleicht ein Drittel von der Vorlesung. Jetzt kommen wir nämlich zu den Wurzeln und die sind etwas ausführlicher und ihr werdet auch gleich feststellen, warum das so ist. Erst einmal muss uns bewusst sein, dass Wurzeln das Gegenteil von Potenzen sind. Mal anders ausgedrückt. Wenn wir eine Potenz auflösen wollen, müssen wir die Wurzel ziehen. Wenn wir eine Wurzel theoretisch auflösen wollen, müssen wir sie potenzieren. Und zwar immer mit den selben Exponenten oder den Wurzelexponenten. Eine Wurzel folgt immer der Formel irgendeine Wurzel aus irgendwas. In dem Fall habe ich jetzt hier die A-Wurzel aus B. Und hier sehen wir auch schon der Formel des Problems. Das entspricht B durch C1 durch C2 durch C A minus 1. Das muss keiner verstehen. Das ist so. Ihr werdet aber anhand des praktischen Beispiels nachvollziehen können, warum das so ist. Nehmen wir mal die fünfte Wurzel von 32. Das ist im Prinzip 32 durch 2 durch 2 durch 2 durch 2. Und das ist 2. Das habe ich jetzt aber anhand der Wurzeln nicht sofort rauslesen können, sondern durch Probieren im Prinzip rausbekommen. So einfach ist es leider nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar C, die ihr oben in der Formel seht, ist halt ein Unbekannter. In dem Fall ist das 2. Und sie kann halt nicht, wie bei allen anderen Sachen, durch Umstellen der Formel oder so bestimmt werden. Das stellt natürlich ein Problem dar. Und was die Begrifflichkeiten angeht, die Zahl, die radiziert wird, nennt sich Radiant. Radiziert heißt, aus der die Wurzel gezogen wird. In unserem Fall wäre das B. Die Zahl auf der Wurzel, in unserem Fall A, ist der Wurzel-Exponent. Und alles zusammen bildet die Wurzel oder auch den Radex. Ist einfach das lateinische Wort dafür. Okay, kommen wir zum Lösen von Wurzeln. Das schriftliche Lösen einer Wurzel wird durch die unbekannte C erschwert. Das habe ich ja schon angedeutet. Deshalb wird oftmals eine Näherung durchgeführt. Der Grund liegt darin, dass das schriftliche Verfahren relativ zeit- und arbeitsaufwendig ist. Und meistens eine Näherung genügt. Wenn wir uns jetzt nicht gerade in astronomischen oder architektonischen Bereichen bewegen, sind Näherungen vollkommen ausreichend. Was gibt es da für ein Näherungsverfahren? Das ist die B-Sektion, ein Judenverfahren und das Heronverfahren. Aber, wie ich schon sagte, in seltenen Fällen ist eine Näherung zu ungenau. Und dann wird halt das schriftliche Wurzelziehen durchgeführt. Wobei mit steigenden Wurzel-Exponenten die Schwierigkeit stark zunimmt. In der Praxis aber sind natürlich Rechner und Taschenrechner mit der Formel für das schriftliche Wurzelziehen programmiert. Und daher hat das in der Praxis an Bedeutung verloren, weil es halt wirklich echt aufwendig ist. Und mit dem Taschenrechner, der die Formel verinnerlicht hat, geht es halt in Sekundenschnelle. Wie ich schon sagte, all die Verfahren haben eigentlich kaum eine Anwendung. Sie sind nur nötig, wenn kein Taschenrechner vorhanden ist, um Wurzeln gelöst werden müssen. Sprich, in der Praxis also nie, außer manchmal vielleicht in Prüfungen. Weil, naja, Prüfungen entsprechen ja leider nicht immer der Praxis, ne? Okay. Fangen wir mit der B-Sektion an. Das ist im Prinzip das Verfahren, was jeder, der eine Wurzel, ich sage jetzt mal, ohne die anderen Verfahren zu kennen, sozusagen anwendet. Das ist im Prinzip eher so ein Probierverfahren. Wird auch Intervallhalbierungsverfahren genannt, weil man halt Bereich hat und den schränkt man immer wieder ein. Und idealerweise nimmt man die Hälfte, um sich zu nähern. Im Prinzip wird sich der Lösung, wie ich schon sagte, durch Probieren angenähert. Wie viel macht man das? Man nimmt die größtmögliche Zahl, mit dem der Wurzelexponent potenziert werden kann, ohne dass der Radiant überschritten wird. Bei unserem Beispiel nehmen wir die Quadratwurzel von 2970,25. Ich kann sie nicht im Kopf rechnen, aber ich kann mit der B-Sektion mich eher annähern. Und zwar, wenn ich mal so durchprobiere, das habe ich auch wirklich gemacht, habe ich genommen 54 zum Quadrat und da kam ich auf 2916 und habe versucht, was die nächstgrößere ist. Das wäre 55 zum Quadrat. Ich habe keine Kommastellen genommen, weil das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Und da bin ich dann bei 3025 gelandet. Sprich, ich weiß, irgendwo zwischen 54 und 55 liegt die Wurzel. Okay, der nächste Schritt besteht darin, dass man überprüft, ob sich die nächste Größeprotenz eher dem Radienten nähert als die kleinere. Wie macht man das? Naja, wir quadrieren einfach die 54, wie ich ja geschrieben habe, 54 Quadrat. Und wir nehmen eigentlich den Radienten und ziehen davon das Quadrat von 54 ab. Also, das wäre 2070,25 minus 54 zum Quadrat, das haben wir ja schon oben ausrechnet, das ist also dann minus 2916. Und da sind wir bei 54,25. Dasselbe machen wir für 55, was dann 2970,25 minus 3025 ist. Das ist dann minus 54,75. Ja, was sehen wir? Danach können wir jetzt also ungefähr abschätzen, wo ungefähr die Wurzel liegt. Und wenn man sich schaut, 54,25 und 54,75, das Minus ist beim Abschätzen unerheblich. Es muss negativ werden im Prinzip, die Größere, das ergibt sich schon rein aus der Logik. Sehen wir also, irgendwo zwischen 54,25 und 54,75 liegt die Lösung. Also, idealerweise weicht das ja ungefähr 0,25 vor 0,5 ab, also habe ich 54,5 geschätzt, einfach weil es die Mitte ist. Und wenn wir das mal probieren, 54,5 zum Quadrat ergibt 2970,25, das ist genau das, was wir gesucht haben. Sprich, 54,5 ist die Wurzel aus 2070,25. Machen wir das mal an einem anderen Beispiel. Und zwar, das ist ein bisschen schwerer, die dritte Wurzel, und zwar aus 2352,64. Durch probieren habe ich erstmal herausgefunden, 13 hoch 3 ergibt 2.197, 14 hoch 3, das nächstgrößere, 2.744. Ich mache wieder die Prüfung für das kleinere, nehme die 2.352,64, ziehe die 2.197 ab und lande bei 155,64. Selbiges mache ich für 14, da habe ich dann also 2352,64, minus 2744 und da lande ich bei minus 391,36. Okay, was wissen wir jetzt also mal, rein von der Logik, damit wir diese B-Sektion verfahren schon stehen. Wir wissen schon mal, die Wurzel ist irgendwo zwischen 13 und 14. Das wissen wir. Wir sehen, bei 13 weichen wir ab auf 155,64, bei 14 ist die Abweichung mehr als doppelt so hoch, und zwar 391,36 entfernen wir uns zum Ergebnis. Das heißt, 13 ist näher an der Lösung als 14. Und zwar ungefähr um das Doppelte besser. Das heißt, rein von der Schätzung her können wir ja sagen, es muss ungefähr bei 0,3 liegen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Wenn wir das mal probieren, haben wir 13,3 hoch 3 und das sind tatsächlich 2352,64. Okay. Kommen wir jetzt noch auf zwei Näherungen, und zwar die, die nicht ganz so mit Probieren zu tun hat, sondern schon mathematische Grundlagen hat. Im Prinzip aber trotzdem eine Näherung ist. Und zwar das Newton-Verfahren. Ja, das Newton-Verfahren ist relativ komplex, muss ich gestehen. Ich mache es nicht so gern, wie das schriftlich Wurzel ziehen. Warum? Ich finde es insgesamt aufwendiger. Und ihr werdet sehen, man wird selbst dennoch eine Art Schätzung machen müssen. Und ich finde diese Schätzung schwerer. Also wenn ich mich nähere, nehme ich die B-Sektion. Wenn es sich um Quadratwurzel handelt, nehme ich auch das Heron-Verfahren, was ich danach vorstellen werde. Meistens aber, wenn es wirklich eine höhere Potenz ist, dann gehe ich auf die B-Sektionen oder das schriftliche Wurzel ziehen zurück, weil das Newton-Verfahren ist meines Erachtens zu komplex. Warum? Wir brauchen folgende Formel. Y ist nicht gleich, sondern der Pfeil heißt geht gegen. Das heißt, das Ergebnis, was wir rauskriegen, ist nicht die Lösung, sondern es ist halt eine genährte Lösung. Es ist irgendwo in der Nähe. Das bedeutet im Prinzip der Pfeil. Y gegen spricht nur das. Y gegen und n minus 1, alles in Klammern, mal y hoch n plus x, komplett durch n mal y hoch n minus 1. Ja, man sieht eine vollkommen einfachere Formel. Ich mache eine kleine Erklärung. n ist der Wurzelexponent. Ich habe nochmal die Wurzeln daneben gezeichnet, damit man das jetzt so ungefähr sich vorstellen kann, wenn man das einsetzen soll. Aber ich finde das immer recht schwer und diese Formel kann ich mir auch nie aus dem Kopf merken. x ist der Radiant und y ist der frei gewählte Startwert, der möglichst nah am geschätzten Ergebnis liegen soll. Sprich, das ist was ich gesagt habe, das ist die Schätzung. Okay. Wie bei jeder Formel setzt man halt die Werte ein und löst dann die Formel und hofft, dass es passt. Das klingt dumm, ist aber wirklich so. Und wir nehmen mal die Sache, die wir gerade hatten, die dritte Wurzel. Ne, die hatten wir nicht so eine ähnliche. Dritte Wurzel aus 2352,64. Und schätzen mit y gleich 13 ein. Haben wir ja vor uns durchprobieren gehabt. So, setzen wir das jetzt in die linke Formel ein. Das heißt, n gleich 3. x gleich 2,352,64. Y gleich 13. Geht y gegen in Klammern 3 minus 1 mal 13 hoch 3 plus 2352,64. Das Ganze geteilt durch 3 mal 13 hoch 3 minus 1. Okay, lösen wir es erstmal auf. 3 minus 1 ist 2. 3 hoch 3 ist 2197. Es verbleibt also 2 mal 2197. Plus 2352,64. Geteilt durch 3 mal 169. Fassen wir das alles zusammen. Haben wir also y ist gleich 6746,64 durch 507. Und jetzt geht es weiter. Das Ergebnis ist dann das neue y. Und das ist halt 13,31. Wir wissen ja, weil es dieselbe Aufgabe ist. Es muss 13,3 rauskommen. Wir wissen also, das ist nicht komplett richtig, sage ich mal. Es ist aber nahe am Ergebnis. Ist ja eine Mehrung. Ja, und dieses Verfahren wiederholt man jetzt so oft, bis man einschätzt, dass das Ergebnis genau genug ist. Wir haben jetzt ja sozusagen ein neues Y ausgerechnet. Machen wir erstmal eine Probe, ob uns das genau genug wäre. 13,31 hoch 3. Das ergibt dann 2357,95. Es soll 2352,64 rauskommen, wie wir oben sehen. Wir suchen ja den Radiant, wenn wir das umkehren. Sprich, wir sind um ungefähr 5 daneben. Ob das jetzt genau genug ist, muss man halt jener Situation abschätzen. Ich habe jetzt einfach mal, um das vorzuzeigen, behauptet, das sei nicht genau genug. Das heißt, wir machen weiter. Und zwar mit dem neuen y von 13,31. Also, y gegen, und wir setzen die 13,31 jetzt wieder in die Formel ein. Und da steht dann da, y gegen mal 2 mal 13,31 hoch 3 plus 2352,64 geteilt durch 3 mal 13,31 zum Quadrat. Okay, lösen wir das mal auf ein bisschen. Die 13,31 hoch 3 sind 2357,95. Die 13,31 zum Quadrat, die unter Bruchstil stehen, sind 177,16. Es verbleibt folglich, y ist 2 mal 2357,95 plus 2352,64. Das Ganze geteilt durch 3 mal 177,16 ist dann 7068,54 durch 531,48. Das ergibt dann 13,3. Und wir wissen ja, das soll es sein. Und hier finde ich, sieht man, das Problem eigentlich auch vom Newtonverfahren. Man müsste das alles hier schriftlich ausrechnen. Das ist eine Heidenarbeit. Ich finde sie sogar größer persönlich als das schriftliche Wurzelziehen. Was wird man also machen? Man wird zum Taschenrechner greifen. Wenn ich den zur Verfügung habe, würde ich das Newtonverfahren nicht einsetzen. Es macht es damit eher sinnlos. Okay, damit kommen wir dann zu dem Heronverfahren. Das ist ein schönes Verfahren an sich, weil es genau dasselbe wie das Newtonverfahren, nur, dass es für Quadratwurzeln gilt. Und sich dabei die Formel nämlich schön vereinfacht. Ihr seht, das hier ist die Formel, die wir für das Newtonverfahren haben. Und n war ja der Wurzelexponent. Und wenn ich sage, das gilt nur für Quadratwurzeln, ist der n mit 2 festgelegt. Weil Quadratswurzel ist ja immer die zweite Wurzel aus irgendwas. Setzen wir das mal ein. Sehen wir, wie sich die Formel vereinfacht. Dann ist nämlich nur noch y gegen 2 minus 1 mal y zum Quadrat plus x. Das Ganze geteilt durch 2 mal y hoch 2 minus 1. Lösen wir das auf. Vielleicht übrig, y gegen y Quadrat plus x durch 2y. Und das ist natürlich schon deutlich einfacher. Machen wir mal ein Beispiel. Lasst uns die Quadratwurzel aus 2970,25 suchen bzw. ziehen. Wir schätzen mal y mit 50 ein. Warum 50 mal 50? Wenn wir das mal im Kopf rechnen, ist 2500. Ist nicht richtig. Aber ist schon mal irgendwo wenigstens bei 2000 drin. Okay, setzen wir das ein. y gegen 50 Quadrat plus 2970,25 durch 2 mal 50. Sind wir also 2500 plus 2970,25 durch 100 ist 54,7. Machen wir eine Probe. 54,7 zum Quadrat ergibt 2992,09. Gut, da sind wir um 22 daneben. Ist also nicht ganz so prickelnd. Man kann jetzt sagen, das ist ungenau. Also machen wir weiter. Wir haben jetzt ja ein neues y zur Verfügung. Und zwar 54,7. Die setzen wir wieder in die Formel ein. Wobei wir dann haben y gegen 54,7 zum Quadrat. plus 2970,25, das Ganze durch 2 mal 54,7 landen wir bei 2992,09 plus 2970,25. Das Ganze geteilt durch 109,4. Und wir sind bei 54,5. Wer sich erinnert, weiß, das kam raus. Aber wir machen trotzdem mal die Probe. 54,5 zum Quadrat ist 2970,25. Wunderbar, das passt. So, und jetzt kommen wir zu etwas, was als immer sehr aufwendig gilt. Ist es auch, will ich gar nichts falsch erzählen. Aber, auch wenn das in der Schullehrer eigentlich heute nicht mehr gelehrt wird, weil, wie gesagt, Wurzeln sind eine Sache von Taschenrechnern und Computern. Man sollte aber trotzdem wissen, was dahinter steht. Möchte ich dennoch die schriftliche Berechnung vorführen. Vorteil schon mal gegenüber der ganzen Mehrungen ist für zwei genaue Ergebnisse. Problem, recht zeitintensiv. Ich gebe hier gleich mal ein Beispiel vor, die Quadratwurzel aus 2704. Wie läuft das ab? Also, zuerst wird der Radiant in zweier Gruppen ab den Komma geteilt. Bei Quadratwurzeln gilt das für höhere Potenzen, dann in Gruppen in höheren Potenzen. Also, bei der dritten Wurzel nimmt man dreier Gruppen, bei der 472.000 Wurzel nimmt man 472.000 Stockgruppen. Okay, machen wir das bei dem hier, haben wir immer zwar noch die Quadratwurzel aus 2704, aber wir schreiben sie 27 und 04. Einfach nur optisch als Hilfe. Rechnerisch kann man das gar nicht so schreiben, weil wir immer eine Wurzel aus dem Unterstrich ziehen. Okay, zweiter Schritt. Von der ersten Gruppe, in dem Fall 27, wird die größtmögliche Potenz subtrahiert. Die Basis stellt die vorderste Stelle der Lösung dar. Das wäre Mainz, erachtens 5. 5 mal 5 ist 25. 6 mal 6 wäre schon 36, wären wir drüber. Die größtmögliche Potenz ist also 5. Damit haben wir schon auch die erste Stelle unserer Lösung. Und 27 minus 5 Quadrat steht jetzt drunter. Das ergibt dann einen Rest und zu dem wird die nächste Gruppe hinzugefügt. Wir haben also, wenn wir das mal auflösen, 27 minus 25. Ergibt einen Rest von 2. Und jetzt ziehen wir die nächste Zweiergruppe, in dem Fall 04, einfach runter. Das heißt, der Rest ist 204. Vierter Schritt. Teile größtmöglichen Rest durch das 20-fache der Basis und ziehe das Ergebnis ab, wodurch ein neuer Rest entsteht. Das machen wir mal als Nebenrechnung und ihr werdet gleich sehen, es wird klarer. Also, wir haben einen Rest von 204. Und den teilen wir durch das 20-fache der Basis. Unsere Basis, die wir raus haben, ist 5. Das 20-fache der Basis ist dann 5 mal 20. Wir haben also stehen 204 durch 5 mal 20. Das ist dasselbe wie 204 durch 100. Das ist 2,04. So, 200 durch 100 ergibt 2. Das ist der größtmögliche Rest, also 200. Den müssen wir abziehen. Was einen neuen Rest natürlich ergibt von 4, weil 204 minus 200 ist gleich 4. So, von diesem, also von diesem errechneten Rest von 4, wird die größtmögliche Potenz abgezogen. Und die Basis ist die nächste Stelle der Lösung. Ja, 2 zum Quadrat ist 4. Wir haben also 2 als nächste Lösung. 4 minus 2 Quadrat ist derselbe wie 4 minus 4 ist 0. Und damit haben wir unsere Lösung 52. Das ist das ganze Geheimnis des schriftlichen Wurzelziehens. Okay. Wenn das mehr Stellen wären, weil wir zum Beispiel eine 6-stellige, 8-stellige oder wie 4-stellige Fahrer immer haben, würde man wieder zurück zum Schritt 3 gehen, bis das Ergebnis letztendlich gefunden ist. Und würde immer weiter so fortfahren. Okay. Da gesprochen es sich wunderbar merkt, ungefähr 20% innerhalb von einem Tag, ist es, denke ich, ganz gut, wenn wir dazu lieber eine Übung machen, damit wir jetzt einen 80%-Lerneffekt haben. Und zwar wieder einmal löst folgende Wurzeln, wendet bei A die B-Sektion, bei B das Newton-Verfahren und bei C die schriftliche Radizierung an. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Am besten ihr pausiert wieder das Video, ich spreche ihn zu den Lösungen und dann schauen wir mal. Okay. Kommen wir zur Lösung. A. Die Aufgabe lautet hier die dritte Wurzel aus 5.639,75. Okay. B-Sektion heißt, wir nähern uns. Und zwar von der kleinsten und von der nächstgrößeren. Das heißt, 17 hoch 3 ist durchprobieren rausbekommen. 4.913, 18 hoch 3 ist 5.832. Das sind die beiden, die wir überprüfen möchten. Das machen wir mal. Für 17 haben wir dann 5.639,75. Minus 4.913 ist 726,75. Die Prüfung für 18 ergibt 5.639,75. Minus 5.832 ergibt minus 192,25. Wir sehen jetzt also, das Ergebnis ist deutlich näher an der 18 dran. Und zwar im Verhältnis ungefähr, ja im Verhältnis 726,75 zu 192,25. Ne, wir können so sagen 2 zu 4. Also schätze ich das mal auf etwa 17,8. Probieren wir mal 17,8 hoch 3. Und das ergibt 5.639,75. Ich muss dazu sagen, klar habe ich die Aufgabe erstellt und kenne das Ergebnis, aber ich muss sie selber auch rechnen, weil ich lasse extra immer ein, zwei Tage Zeit dazwischen vergehen, damit ich mich nicht an die Lösung erinnere, damit ich selbst auch das Verfahren anwende. Um erstens zu sehen, ob ich mich vertan habe, was jedem Menschen noch passieren kann. Und zweite Variante, damit ich wie bei solchen Fällen hier nicht einfach sage, ja ich habe das geschätzt und dabei habe ich es ja schon gewusst, sondern dass ich es auch wirklich selber geschätzt habe. Okay, B soll die fünfte Wurzel aus 79,63 sein. Bei der Aufgabe wäre die B-Sektion sehr, sehr schwer, weil eine fünfte Wurzel abzuschätzen ist halt nicht so einfach. Das Heere-Verfahren geht leider nicht. Das schriftliche Wurzellösen ginge, aber die Zahl in fünften Schritten aufteilen, das macht die Sache nicht wirklich einfacher. Und das ist mal so ein Fall, den ich extra rausgefahren habe, wo sich das Newton-Verfahren anbietet. Und ich habe jetzt mal 2,5 geschätzt, einfach durchprobieren. So, y geht gegen 5-1 mal 2,5 hoch 5 plus 79,63 und das Komplette geteilt durch 5 mal 2,5 hoch 5-1. Jetzt lösen wir das erstmal auf, 5-1 ist 4, da haben wir also 4 mal 2,5 hoch 5 ist 97,66 plus 79,63 geteilt durch 5 mal 2,5 hoch 4. 2,5 hoch 4 habe ich schon mal ausgerechnet, ist 39,06. Also haben wir unten stehen 5 mal 39,06 und das ergibt 470,27 durch 195,3. Rechnen wir das aus, kommen wir auf ein neues y von 2,41. Folglich habe ich ein bisschen zu hoch geschätzt. Okay, probieren wir mal, ob das gut aussieht. 2,41 hoch 5 ergibt 81,3, da sind wir ja ein bisschen weniger als 2 drüber. Ich habe jetzt einfach mal behauptet, das wäre für mich zu ungenau. Einfach nur, damit man das mal auch einsetzen kann. y geht jetzt also gegen 2,41, also stimmt nicht, y geht gegen dieselbe Formel für y gegen 2,41. Das ist also y gegen 4 mal 2,41 hoch 5 plus 79,63. Das Komplette geteilt durch 5 mal 2,41 hoch 4. Das ergibt 4 mal 81,3 plus 79,63 durch 5 mal 33,73. Das ergibt 404,83 durch 168,65. Und wir kommen auf ein neues y von 2,4. Probieren wir es mal damit. 2,4 hoch 5. Rechnen wir es aus, kommen wir auf 79,63. Das ist genau das, was wir wollten. Das ist also auch auf jeden Fall genau genug. c, hier suchten wir die Quadratwurzel aus 1225. Okay, erst mal wieder optisch aufgeteilt in 2er Gruppen in 12 und 25. Wir haben die nächste, die größte Zahl gesucht, die in die 12 Quadriert reinpasst. Das ist 3, weil 4 wäre ja schon 16, wenn wir drüber. Wir haben also stehen 12 minus 3 Quadrat. Haben damit die 3 schon mal als Lösung sicher. Das heißt, 12 minus 9 verbleibt ein Rest von 3. Wir ziehen die zweite Gruppe, die 25, nach unten. Das heißt, wir haben einen Rest von 325. Jetzt müssen wir gezwungenermaßen eine Nebenrechnung machen, und zwar dieser neue Rest von 325, geteilt durch unsere errechnete Basis 3, mal 20, die ist hier festgelegt. Das ist dasselbe wie 325 durch 60, was 5,42 wäre. Das heißt, der größtmögliche teilbare Rest, um auf eine klarte Zahl zu kommen, wäre 300 durch 60, ist gleich 5. Mit einem Rest von 25. Also wir ziehen von unserem 325 den größtmöglichen Rest ab 300, verbleibt ein Rest von 25. Wir suchen eine quadrierte Zahl, mit der wir 25 auflösen können, das ist 5. Die ergibt gleich unsere Lösung. Es verbleibt stehen 25 minus 25, das ergibt 0. Wir haben also eine klarte Lösung. C ist gleich 35. Die Lösung von C. Ja, wunderbar. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Vorlesung, zu den Wurzelgesetzen, welche im Prinzip den Potenzgesetzen natürlich sehr ähnlich sind, weil Wurzel ist die Umkehrrechnung der Potenz. Aber es gibt hier noch ein paar kleinere Dinge, die man wissen sollte. Erst einmal, Wurzeln können als Potenzen dargestellt werden, gut folgt durch Potenzen auch als Wurzeln. Der Exponent ist immer dann 1 durch den Wurzelexponenten. Man kann also sagen, die n-te Wurzel aus a ist dasselbe wie a hoch 1 durch n. Nehmen wir als Beispiel die dritte Wurzel aus 1728. Können wir auch schreiben als 1720 hoch ein Drittel. Das hilft uns jetzt bei einer einzelnen Zahl nicht wirklich näher an der Lösung. Wenn wir aber Sachen zusammenfassen müssen, ist es durchaus eine interessante und wichtige Hilfe, um Aufgaben zu verkürzen. Das werdet ihr auch in der Übung sehen. Zweitens. Bei Multiplikationen von Wurzeln mit gleichen Wurzelexponenten wird die Wurzel aus dem Produkt der Radikanten gezogen. Das ist im Prinzip dasselbe wie bei den Potenzen, wenn wir so wollen. Das heißt, die n-te Wurzel aus a mal die n-te Wurzel aus b ist dasselbe wie die n-te Wurzel aus a mal b. Man kann ja einfach zusammenziehen. Machen wir als Beispiel die zweite Wurzel aus 2 mal der zweiten Wurzel aus 3 mal der zweiten Wurzel aus 6. Wer mit einem Taschenrechner bewaffnet ist, kann gerne mal die einzelnen Wurzeln eingeben. Das sind sehr hässliche Wurzeln. Ich glaube sogar, dass die zweite Wurzel aus 2 irreal sein dürfte. Okay, das heißt also, das wird im Kopf und schriftlich etwas aufwendig. Daher gut, dass es die Wurzelsätze gibt. Wir dürfen nämlich jetzt sagen, aha, der Wurzel-Exponent ist bei all den 2, ist also gleich. Das heißt, wir können komplett die Wurzel aus dem Produkt der jeweiligen Basen 2, 3 und 6 ziehen. Oder mal simpel ausgedrückt, wir lassen Wurzel 2 stehen und nehmen 2 mal 3 mal 6. Das ist also dasselbe wie die zweite Wurzel aus 36 und das ergibt 6. Deutlich schneller, einfacher und unkomplizierter, als wenn wir die einzelnen Wurzeln oben gezogen und aus denen das Produkt gebildet hätten. Okay, drittens. Bei Division von Wurzeln mit gleichen Wurzelexponenten wird die Wurzel aus den Quotienten der Radikanten gezogen. Das ist im Prinzip ähnlich von zweitens, nur halt nicht mit dem Produkt, sondern mit den Quotienten. Also, die ente Wurzel aus A durch die ente Wurzel aus B ist dasselbe wie die ente Wurzel aus A durch B. Machen wir hier jetzt wieder ein Beispiel. Die vierte Wurzel aus 32 geteilt durch die vierte Wurzel aus 2. Ich wähle sehr gerne und absichtlich Wurzeln, wo man mit dem Taschenrechner eher mehr Aufwand hat, als wenn man es schriftlich macht, damit man auch sieht, aha, es macht Sinn, diese Gesetze zu beherrschen. Wir dürfen also die vierte Wurzel aus dem gesamten Bruch ziehen, weil der Wurzel-Exponent ist bei beiden ja der gleiche. Wir können also schreiben, die vierte Wurzel aus 32 halben. Das ist dasselbe wie die vierte Wurzel aus 16 und das lässt sich viel leichter ausrechnen, das ist nämlich 2. Okay, viertens. Zieht man aus einer Wurzel die Wurzel, so werden die Wurzel-Exponenten multipliziert. Das ist wie bei den Potenzen, wenn man die Potenz einer Potenz hat, ist es das Produkt. Wenn man die Wurzel einer Wurzel hat, ist es wiederum auch das Produkt der Exponenten. Also, die ente Wurzel mal die ente Wurzel aus A ist dasselbe wie die m mal ente Wurzel aus A. Beispiel, die zweite Wurzel aus der zweiten Wurzel von 81 ist dasselbe wie die 2 mal die zweite Wurzel aus 81, sprich die vierte Wurzel aus 81 und das ergibt 3. 5. Die Wurzel einer Potenz kann als gemischte Potenz oder als Potenz der Wurzel dargestellt werden, sprich man kann die Wurzel drin haben, draußen haben, man kann sie als Potenz schreiben oder sie kann als Buch dargestellt werden. Das ist im Prinzip nicht direkt ein Gesetz, aber ist eine hilfreiche Umschreibung, oder man könnte fast auch schon sagen Umformulierung, andere Darstellung, die es hilft, Wurzeln zu lösen, wenn man mehrere hat. Man kann also sagen, die ente Wurzel aus A hoch M ist dasselbe wie die ente Wurzel aus A und das ganze komplett hoch M, ist dasselbe wie A hoch M durch N oder dasselbe wie die N durch ente Wurzel von A. Das sind halt vier Schreibweisen für eine und dieselbe Sache. Besonders die A-te Wurzel aus M hoch N, also als Bruch dargestellt, ist relativ wichtig, weil so sieht man, man kann im Prinzip das, was unter dem Bruchstrich steht, ist der Wurzelexponent und das über dem Bruchstrich ist der Exponent von A. Das heißt, wenn man so eine Wurzel mit einer Potenz drin hat, kann man die wunderbares Bruch schreiben und bei frischen kann man schön kürzen, das heißt, man kann das damit sehr oft vereinfachen. Nehmen wir als Beispiel die vierte Wurzel aus 7 hoch 8. Kann man ausrechnen, kann man aber auch verkürzen und ausrechnen. Das ist hier der Fall, was ich sagte, ich nehme A hoch M durch N, wobei ihr seht hier, 8 steht über dem Bruchstrich, 4, der Wurzelexponent unter dem Bruchstrich, ist also dasselbe wie 7 hoch 8 Viertel. 8 durch 4 ist 2, man kann also auch sagen, ist dasselbe wie 7 Quadrat und das ist einfach 7 mal 7 ist 49. Geht komplett im Kopf. Und 6. Multipliziert man zwei Wurzeln mit gleichen Radikanten, so werden die Wurzelexponenten multipliziert und der Radikant mit der Summe dieser potenziert. Ja, klingt rein verbal vollkommen logisch, nicht? Die N-ten Wurzel aus A mal der M-ten Wurzel aus A ist, wie hier oben steht, dasselbe wie der Produkt der beiden Wurzelexponenten, also M mal M, die Wurzel, aus A hoch der Summe der beiden Wurzelexponenten, also A N plus M. Das sieht jetzt zwar erstmal komplizierter aus, ist aber wirklich auch eine Vereinfachung in vielen Fällen. Hier ist einmal die zweite Wurzel aus 5 mal der dritten Wurzel aus 5. Hier haben wir also wirklich gegeben, wir haben denselben Wurzelexponenten, aber, äh, nicht denselben Wurzelexponenten, aber dieselbe Basis. Wir dürfen jetzt also schreiben, die 2 mal dritte Wurzel, das Produkt der Exponenten, von 5 hoch der Summe der beiden Exponenten, 2 plus 3. Das ist dann die sechste Wurzel aus 5 hoch 5. Ich muss gestehen, ähm, wenn man jetzt so ein Einzelzeitschnitt hat, kommt meist dabei natürlich nichts Schönes raus. Entspricht also der sechsten Wurzel aus 3125 und das ist ungefähr 3,824. So, und die letzte Regel ist auch interessant. Aus negativen Zahlen mit geraden Wurzelexponenten kann keine Wurzel gezogen werden. Bei ungeraden Exponenten wird das negative Vorzeichen vor die Wurzel gezogen. Das zeigt euch jetzt mal. Ähm, hier gibt es nämlich mathematische Diskussionen. Es gibt eine Grundregel, die sagt, man darf aus einer negativen Zahl grundsätzlich nie eine Wurzel ziehen. Ähm, es gibt auch den anderen Satz, man kann halt, wie gesagt, bei einem ungeraden Exponenten darf man das. Ich zeige euch auch mal warum und erkläre euch, warum beide Ansichten, beide mathematischen, vertretbar sind. Das erste ist eigentlich klar. Da sind sich alle einig, aus einer, äh, hat man einen geraden Wurzelexponenten, darf man aus einer negativen keine Wurzel ziehen. Denn, das Ergebnis ist immer unlösbar. Es gilt ja dann, 2 hoch 2, also Wurzel aus 4 wäre ja 2. Das heißt, wenn wir testen, wenn wir es richtig sind, wäre 2 hoch 2, es ergibt 4. Aber auch minus 2 hoch 2 wäre 4. Es gibt also keine Zahl zum Quadrat, die minus 4 ergibt. Und das gilt für alle positiven Exponenten, denn eine Zahl hoch einer geraden Potenz ergibt immer eine positive Zahl, nie eine negative. Das ist also mit den Wurzelsätzen nicht vereinbar und deswegen ist man sich hier auch einig. Anders sieht es bei ungeraden Potenzen aus, äh, Exponenten aus. Nehmen wir mal die dritte Wurzel aus minus 8. Man zieht, wie ich geschrieben habe, das minus 4, ist also die negative dritte Wurzel aus 8. Und das ergibt minus 2. Ja, wir können das auch gerne mal überprüfen, denn wenn wir minus 2 hoch 3 nehmen, haben wir minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Und das ergibt minus 8. Das heißt, die Lösung muss richtig sein. Ja, jetzt frage ich euch bestimmt, okay, der hat doch gerade eben aber gesagt, manche Mathematiker akzeptieren das, dass man aus einer ungeraden Potenz, äh, Wurzel-Exponenten das machen darf. Andere nicht. Warum haben die anderen auch recht? Das hat er auch gerade behauptet. Wie gesagt, es ist berechtigt, denn es gilt, dass wenn man komplett eine, wenn man eine Wurzel erweitern würde, müsste, müsste dasselbe rauskommen, weil man sie auch wieder kürzen kann. Das heißt, die dritte Wurzel aus minus 8 müsste dasselbe sein, wie die sechste Wurzel aus minus 8 zum Quadrat. Rechnet man das aber aus, hat man dann die sechste Wurzel aus 64. Die sechste Wurzel aus 64 ergibt plus 2. Und das heißt, die Umkehroperation wäre 2 hoch 6 und kommt auf keine negative Lösung mehr. Das ist halt so ein, sag ich mal, Streitpunkt zwischen den Mathematikern. Ich persönlich finde aber, dass mit der negativen Wurzel Macht wirklich einen ungeraden Sinn und deswegen habe ich euch das auch so vorgestellt. Falls ihr irgendwie eine Prüfung schreiben solltet oder irgendwer euch das abfragt, klärt bitte mit eurem Prüfer jeweils ab, welche der beiden Ansichten er vertritt. Okay, wir machen jetzt eine Übung, wie ihr das schon erwartet habt. Aufgabe lautet, vereinfacht zunächst mittels der Wurzelgesetze, bzw. natürlich auch der Potenzgesetze, und löst danach die Aufgabe. Soweit es geht zumindest. Ich springe dann zu den Lösungen. Ihr pausiert am besten. Ich wünsche euch viel Erfolg. Let's go! Okay, damit kommen wir zur Lösung. Genau gesagt, zu Teil 1 der Lösung. Die erste Aufgabe lautete die zweite Wurzel, der zweiten Wurzel aus 16. Hier gilt ja das Prinzip, dass man diese Wurzelexponenten miteinander multiplizieren kann. Wir haben dann also die 2 mal zweite Wurzel aus 16, sprich also die vierte Wurzel aus 16. Und das ist dann 2. B. Das war die sechste Wurzel aus 169 hoch 3. Und hier ist diese Sache, dass man das einfach umschreiben kann, mit diesem a hoch n durch m. Das ist dann dasselbe, also wie die sechstrittelste Wurzel aus 169. 6 durch 3 ist wunderbar 2. Da haben wir also die Wurzel oder auch die Quadratwurzel aus 169. Und das ist 13. C. Die Wurzel aus 98 mal der Wurzel aus 2. Das sehen wir hier schon mal, bevor wir lösen. Wir haben den gleichen Wurzelexponenten. Also können wir den Wurzelexponentensatz anführen. Und sagen, wir ziehen einfach die gemeinsame Wurzel aus 98 mal 2. Das ist dann natürlich die Wurzel aus 196. Und das ergibt 14. Wunderbar. D. Die 32. Wurzel aus 17 hoch 17 mal der 32. Wurzel aus 17 hoch 15. Okay, was sehen wir jetzt hier? Es gibt zwei Rangehensweisen. Ich habe die Rangehensweise, wie jetzt zu sagen, wir haben hier den gleichen Wurzelexponenten. Also ziehen wir das mal gemeinsam erstmal unter eine einheitliche Wurzel. So dass wir stehen haben, die 32. Wurzel aus 17 hoch 17 mal 17 hoch 15. Rechnen wir das aus. Ihr erinnert euch, Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert, wenn das die gleiche Basis hat. Das ist ja der Fall mit 17. Wir haben hier also stehen, die 32. Wurzel aus 17 hoch 17 plus 15 ist also die 32. Wurzel aus 17 hoch 32. Ich schreibe das mal um als einen gemischten Bruch, als gemischter Potenzbruch. Das ist also 17 hoch 32, 32. Das ist jetzt 17 hoch 1. Hoch 1 kann man weglassen, ist also 17. E. Die vierte Wurzel, der dritten Wurzel, der zweiten Wurzel aus 855. teilen wir durch die zweite Wurzel, der sechsten Wurzel, der zweiten Wurzel aus 8 hoch 100, 107. Selbst mit einem Taschenrechner ist diese Aufgabe unschön, um es mal nett auszudrücken. Spätestens wenn wir zu dem Thema Variablen kommen, können wir den Taschenrechner großteils auch weglegen. Vereinfachen wir das mal. Wir sehen ja hier Wurzel, der Wurzel, der Wurzel. Sprich also, wir können ein Wurzelprodukt bilden. Das wäre dann 4 mal 3 mal zweite Wurzel aus 855 durch 2 mal 6 mal zweite Wurzel aus 8 hoch 107. Bilden wir erstmal die Produkte, haben wir dann die 24. Wurzel aus 8 hoch 155, geteilt durch die 24. Wurzel aus 8 hoch 107. Uns fällt auf, gleicher Wurzellexponent, wir dürfen also das alles unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Das wäre dann die 24. Wurzel aus 8 hoch 155 durch 8 hoch 107. Potenzgesetz gilt hier, geteilt durch mit derselben Basis, heißt, wir können die Exponenten miteinander subtrahieren, ist dann also die 24. Wurzel aus 8 hoch 155 minus 107. Hier entspricht der 24. Wurzel aus 8 hoch 48. Hier haben wir wieder eine Wurzel mit einer Potenz. Wir können also einen gemischten Potenzbruch schreiben. Das ist dann 8 hoch 48,24. 48 durch 24 ist 2. Wir können also schreiben 8 zum Quadrat. Und das ist 64. Okay, kommen wir zu der längsten Aufgabe f. Die war minus 8 hoch dritter Wurzel 4 mal dritter Wurzel 2 minus die zweite Wurzel, der zweiten Wurzel aus 4 hoch 0,5 minus 1. Dann außerhalb der Wurzel stehend minus 2 Drittel. Die gehört nicht mehr mit 2 Wurzeln. Ja, wo setzen wir am besten an? Ich habe direkt erstmal angesetzt bei Dritter Wurzel 4 mal Dritter Wurzel 2. Warum? Gleicher Wurzellexponent, das heißt, ich darf aus dem Produkt die Wurzel ziehen. Das ist dann minus 8 hoch der dritten Wurzel von 4 mal 2 minus den ganzen Rest. Das ergibt minus 8 hoch der dritten Wurzel von 8 minus, ich nenne das jetzt einfach mal Rest, weil er sich nicht ändert. Und jetzt schauen wir mal, was können wir damit anfangen. Fassen wir weiter zusammen. Wir haben ja dort die zweite Wurzel, der zweiten Wurzel von 4 hoch 0,5. Das heißt, wir können hier das Wurzelprodukt bilden. Das ergibt dann minus 8 hoch der dritten Wurzel von 8 minus der zweimal zweiten Wurzel von 4 hoch 0,5 minus 1 und das Ganze minus 2 Drittel. Okay. Da haben wir dann die minus 8 hoch die dritte Wurzel von 8 minus vierte Wurzel von 4 hoch 0,5 minus 1 minus 2 Drittel. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, was unter der vierten Wurzel steht. Das ist der 4 hoch 0,5 minus 1. Hier nutze ich die Fähigkeit des Umschreibens, um zu sagen, 4 hoch 0,5 kann man auch ausdrücken als 4 hoch 1,5 und damit 2. Wurzel aus 4. Ja, hier vereinfache ich mir mal die Sache. Ich habe 2. Wurzel aus 4 stehen und nichts unter der Wurzel. Also, ich löse die Wurzel ganz einfach auf. Ich weiß ja, dass die zweite Wurzel aus 4,2 ist und kann damit schreiben, minus 8 hoch der dritten Wurzel von 8 minus der vierten Wurzel von 2 minus 1, das Ganze minus 2 Drittel. Ja, jetzt rechnen wir einfach die 2 minus 1 aus, kommen dann auf minus 8 hoch der dritten Wurzel von 8 minus der vierten Wurzel von 1 minus 2 Drittel. Ja, Wurzel 1 ist egal, wie hoch die Wurzel ist, ergibt immer 1. Wir haben dann also nur noch stehen, minus 8 hoch der dritten Wurzel von 8 minus 1 minus 2 Drittel. Die dritte Wurzel von 8 hätten wir auch schon länger auflösen können. Ich hatte es aber mal da gelassen. Wenn ich dann dachte, vielleicht kann man es zusammenfassen, ist aber hier nicht nötig. Die dritte Wurzel von 8 ist 2. Wir dürfen also schreiben, minus 8 hoch 2 minus 1 minus 2 Drittel. Ermitteln wir, das kommen wir auf minus 8 hoch 1 Drittel, weil 2 minus 1 ist 1. 1 minus 2 Drittel ist das selbe wie 3 Drittel minus 2 Drittel ergibt 1 Drittel. Wir dürfen das umschreiben, hoch 1 Drittel ist das selbe wie die dritte Wurzel, womit wir die dritte Wurzel aus minus 8 ziehen. Wir denken kurz nach, aha, es ist ein ungerater Wurzel-Exponent, das heißt, ich darf auch aus der negativen die Wurzel ziehen, außer wenn euer Mathelehrer das nicht erlaubt. Ich ziehe jetzt das Minus raus, damit bleibt stehen die negative dritte Wurzel von 8. Die dritte Wurzel von 8 ist 2, das Minuszeichen steht davor. Wir haben also minus 2. Wunderbar! Damit sind wir mit dem Thema Radizieren, Potenzieren, Potenzieren, Radizieren und die ganzen Gesetzmäßigkeiten dazu durch. Ich hoffe, es war für euch lehrreich. Ich hoffe auch für das Weitere, dass ihr jetzt nicht Kopfschmerzen habt von den ganzen Zahlen und den Grübeln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende, genießt die Zeit. Ich hoffe, dass ihr meine Videos abonniert und verabschiede mich. Tschüss!